Für die Verwendung Ihrer DreamStation Go stellen Sie sie auf eine stabile Ebene Oberfläche, die sich idealerweise leicht unterhalb Ihrer Schlafposition befindet. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist und die Luft um das Gerät zirkulieren kann. Ihre DreamStation Go verfügt über einen integrierten USB-Anschluss, der zum bequemen Aufladen Ihrer elektronischen Geräte genutzt werden kann. Setzen Sie zunächst Ihre Maske auf. Sollten Sie Fragen zur Maske haben, schauen Sie in der Gebrauchsanweisung für Ihre Maske nach. Schließen Sie den Schlauch an das Gerät und die Maske an. Drücken Sie die Ein- und Ausschalttaste auf der Oberseite des Geräts, um die Luftzufuhr einzuschalten und die Therapie zu beginnen. Das Display zeigt den Druck an, der gerade abgegeben wird. DreamStation Go hat eine Rampenfunktion, die Ihr Fachhändler für Sie aktivieren kann. Um die Rampenfunktion zu stoppen oder neu zu starten, klicken Sie einfach auf das Rampensymbol auf dem Display. Sie können das während der Nacht beliebig oft tun. Um Ihre Therapie am Morgen zu beenden, können Sie die Ein- und Ausschalttaste drücken oder mit Ihrem Finger drei Sekunden lang das Touchdisplay berühren. Bei ausgeschalteter Therapie können Sie Ihren Rampenanfangsdruck einstellen. Streichen Sie über den Navigationsbildschirm zu Mein Komfort und wählen Sie den Menüpunkt durch Tippen aus. Tippen Sie auf den Bildschirm, um das Rampensymbol auszuwählen. Wenn Sie das Symbol nicht sehen, ist die Rampenfunktion auf Ihrem Gerät nicht aktiviert. Streichen Sie nach links oder rechts, um den Rampenanfangsdruck in Schritten von 0,5 cm zu erhöhen oder zu verringern. Tippen Sie zum Speichern der Änderungen auf das Display. Während Ihrer nächsten Therapie werden Sie den neuen Anfangsdruck sehen, wenn Sie auf das Rampensymbol tippen. Innovation & You Philips Respironics Vielen Dank.